... ... ... ... ... ... ... ... ... Das sah sehr klinisch gut aus. Was war das? Zwei Sieg und ein Sieg? Ein Sieg, ein Finale und ein Halbfinale. Also eigentlich. Nur ein... Das ist nicht nur ein Sieg. Es wäre noch sehr, sehr wichtig, Leute, wenn Sie nicht diese Tür benutzen. Nicht? Nicht benutzen oder benutzen? Nicht benutzen oder benutzen? Also nicht. Nicht benutzen oder benutzen oder benutzen oder benutzen oder benutzen? Dann haben wir es verspielen, ne? Wir müssen es verspielen, lieber. Hallo, ja, Marcel. Hallo. Ja, ja, alles klar, ja, ja, ja. Ja, alles klar, ja. Ja, dann machen wir sofort Schluss. Ja, ja, alles klar, ja, ja, ja. 9,5,5,10 Minuten. 10,5,10 Minuten. 10,5,10 Minuten. 10,5,10 Minuten. 10,5,10 Minuten. 11,6,11 Minuten. 12,5,10 Minuten. Das steht mal so im Schild, dass man so viel sieht mit der Mauer. Ich habe jetzt wieder hier ein Ding drin. Ihr könnt mich aber ruhig einstücken. Ich bin da nicht so ängstlich. Wir haben ja noch keine Entscheidung. Wir haben ja auch mal gespannt, ja. Letzten Tag echt viel Stress. Wir gucken, ob das jetzt passiert. Letztes Jahr nicht schnell kann. Wir haben 1-1 gepunkt. Von der 6 insgesamt. 6,5 PR. Durchschnitts PR von allen Matches. Letztes Jahr beim BMAP-Turnier. Aber nur 1 Punkt, ne? Warte, mach mal neun. Warte, sagst du noch 7 Runde, ne? 7 Runde nur, ne? Also kein neun, ne? Okay. Okay. Das lief gar nicht. So, dann dürfen wir, können wir, wollen wir, ja. Ja. Dann, gut match, gut luck, wenn man so schön sagt, ne? Ja, viel Spaß, ne? Ja, danke. So. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Thank... Thank... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ...... ......... ............ ............ ......... ............... ............ ......... ......... ............ ......... ............ ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... ......... ......... ............ ......... ...... ............ Ja, Dankeschön. Was? Einfach irgendeins. Hm? Wo dürfen wir das? Hm. Ich weiß nicht. Das ist Rufen. Ja. Das ist Rufen, ne? Das ist so, dass ich da dringend drei gemacht habe. Nee, zehn. Das geht besser, ne? Ja. Hier sind keine Nummer. Ja. Okay. Nein, nein, nein. Schlecht? Nein, nein. Ich hab's fast nicht gedacht. Ich hab's noch einstellig. Ja, ich hab's doppelt mal ein bisschen grün. Das ist rot. Ja, ich hab's ja noch eins trotzdem. Ja, ich hab's ja noch ein bisschen reingeschickt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.